Herzlich willkommen im Kino Babylon, wo wir gerade alle gemeinsam den Film Nervöse Republik von Stefan Lambi gesehen haben und mit gleich sechs Menschen, die alle in diesem Film vorkamen, darüber diskutieren wollen, was der Film uns an Hinweisen gegeben hat, an Erkenntnissen, an Eindrücken. Darf ich Ihnen vorstellen, auf dem Podium sitzt die Vorsitzende der AfD, Frauke Petry. Frau Petry, hilft oder schadet es Ihnen? Von der Bild-Zeitung erklärtermaßen bekämpft zu werden. Wir haben nicht gesagt, dass wir erklärtermaßen Frau Petry bekämpfen. Ich habe gesagt, wir bekämpfen antidemokratische Tendenzen, so wie die, die ich eben vorgelesen habe. Ich glaube, Herr Diekmann sagt es. Trotzdem wurde die klar. Ich versuche das mal, so kurz wie es geht. Das kommt darauf an. Worauf? Das kommt auf das Thema an. Also es ist interessant festzustellen, dass gegenüber Sachthemen der Bild-Zeitung, ich nehme Sie jetzt, Bild-Zeitung oder auch dem Spiegel, fast keine Glaubwürdigkeit mehr zugetraut wird, besonders von der eigenen Klientel. Von Ihnen oder von der Klientel? Nee, ich rede jetzt von der Partei, von den Mitgliedern, von Unterstützern. Ich selbst lese auch kritisch. Bei vielen Geschichten, die über die Partei berichtet werden, weiß ich ja, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Interessanterweise werden Personengeschichten, Streitgeschichten, also überall da, wo es menschelt, um es mal ganz allgemein zu sagen, dann auch von der eigenen Klientel nahezu alles geglaubt, was in der Zeitung steht. Was offenbart, dass es eine sehr große Verantwortung gibt, die ich aber nicht wahrgenommen sehe bei vielen Medien, mit diesen Geschichten umzugehen. Und wir sehen eine klare Tendenz. Frau Barley sagte, sie musste über Flüchtlinge und über Terrorismus und über alles Mögliche reden, Populismus und nicht über andere Themen, die ergenehm gewesen wären. Ich glaube, an der Stelle sind wir uns ausnahmsweise mal einig, das geht wahrscheinlich allen Parteien so, dass sie der Meinung sind, dass sie die Themen, die sie gerne setzen würden, nicht in der Weise setzen können, wie sie gerne möchten. Aber natürlich sehen wir vor allen Dingen, dass bei Bild und Spiegel, und Sie haben das sehr schön bestätigt, in der Tat aus unserer Wahrnehmung oftmals ein politischer Kampf geführt wird. Und es gibt genug Journalisten, die zumindest ehrlich genug sind, auch in Vertraulichen zuzugeben, dass sie sich als politische Aktivisten verstehen. Und das halte ich für ein Riesenproblem, weil guter Journalismus für mich nichts mit politischem Aktivismus zu tun hat. Und das ist das große Manko nicht nur des deutschen Journalismus, sondern des Journalismus allgemein in der westlichen Welt ist, dass viel zu viele Journalisten ihre verständliche eigene politische Verortung, die ich jedem zugestehe, auf ihren Beruf übertragen, Kommentar und Bericht nicht mehr trennen können. Und dass dann eben solche Aussagen dabei herauskommen, wie Sie sie gerade auch wieder getätigt haben. Welche ist gemeint? Das heißt, man sagt, man mit einer klaren Zuschreibung antisemitisch ausländerfeilig. Und Sie benutzen dann, ich habe das letzte Wort leider nicht verstanden, in dem, was Sie von einem Fest vorgelesen haben. Gesindel. Gesindel, okay. Das ist in der Tat eine Vokabel, die ich selbst nicht benutzen möchte. Aber warten Sie bitte mal. Sie haben eine sehr interessante Beschreibung gemacht. Sie haben, verzeihen Sie, ertappt durch Herrn Lambis Kollegen bei Aussprüchen in Ihrer Redaktion mit der Organisation der Rüge, verständlicherweise jetzt argumentiert, das entspricht nicht dem politischen Alltag. Das tun Sie auch nicht. Sie regieren da nicht hinein. Ich nehme das wahr. Und Herr Reichert, ich glaube es Ihnen sogar, dass das nicht grundsätzlich Ihr Ansatz ist. Aber jetzt seien Sie bitte ehrlich. Sie sagen, das ist nicht repräsentativ für den Spiegel. Aber Sie nehmen sich eine oder andere Meinung... Für den Spiegel oder für die Bild-Zeitung? Für die Bild-Zeitung. Verzeihen Sie, das macht meistens keinen Unterschied. Doch. Da müssen wir ja nicht einig sein, aber egal. Sie müssen mir die Twitter-Debatten von Herrn Brinkbäumer und mir anschauen. Da sehen Sie, wie massiv der Unterschied da ist. Warten Sie ganz kurz, was ich gerade beschreiben will. Sie nehmen für sich in Anspruch, dass das ein Einzelfänomen war. Nein, ich habe gesagt, nein, das habe ich nicht in Anspruch genommen. Nein, doch, Sie haben, das macht Journalismus nicht. Das ist die Sprache. Ich habe gesagt, ja, es gibt eine Sprache dieses Betriebes und das sind keine Einzelfälle, die nach außen, das haben wir im Publikum wahrgenommen, nicht günstig, ich habe nicht gesagt Einzelfall. Ich habe gesagt, es gibt eine Sprache, die nach außen möglicherweise erklärungsbedürftig ist und ich bin auch durchaus bereit, selbst diese Sprache zu hinterfragen, auch wenn sie natürlich Teil unserer Abläufe ist. Aber das Wort Einzelfall habe ich nicht benutzt, diese Relativierung, das haben Sie jetzt erfunden. Das habe ich einfach nicht gesagt. Na gut, dann helfen Sie mir bei der Beschreibung. Aber das, was ich kritisiere, ist Folgendes. Wenn Sie halbwegs realitätsgetreu als Journalisten, egal welches Medium, beschreiben wollen, was in der Gesellschaft und auch in Parteien passiert, dann ist es meiner Ansicht nach Ihre Pflicht, auch da die gesamte Breite darzustellen. Und der Journalismus lebt von Einzelfänomenen, von Skandalen. Sie picken sich da eine Äußerung raus, Sie picken sich eine andere Äußerung raus und machen sie zur repräsentativen Ansicht, zum Beispiel eines Parteifänomens. Und Sie machen sich oftmals gar nicht mehr die Mühe, Sie ignorieren sogar, dass Mehrheiten dagegen stehen. Aber dann lassen Sie es uns noch konkret machen, dann mache ich mir jetzt die Mühe und ich möchte jetzt nicht die Aussage von Nico Fest, der Menschen gesündelt, zur Ansicht der AfD machen. Aber das tun Sie. Genau, deswegen frage ich Sie jetzt. Antisemitisch, ausländerfeindlich, antidemokratisch. Das können Sie Zitaten von Herrn Diekmann. Ja, aber Sie sind keine... Aber Entschuldigung, verzeihung, verzeihung. Verzeihung, verzeihung, verzeihung. Verzeihung, verzeihung, da darf ich ganz kurz, ich versuche... Nein, das ist nicht, das heißt, Sie distanzieren sich klar von Herrn Fest, dann können wir zum nächsten Thema gehen. Ich habe mich schon von diversen Vokabular distanziert, im Übrigen nur als Reaktion auf, was weiß ich, von Frau Storch, was mit Frau Storch, was nicht gezeigt wurde, dass es innerhalb der Partei sehr ernste Diskussionen und sehr ernsten Protests gegen diesen Tweet gab. Das wird dann nicht mehr gezeigt. Die erste Botschaft ist gesendet und damit ist das Bild gesetzt. Und Sie wissen als Journalist sehr gut, was die erste Botschaft anrichtet. Und noch einmal, Sie benutzen... Es werden immer wieder, und da gibt es ja nicht nur einen Journalisten, sondern diverse Journalisten in Interviews, antisemitisch, ausländerfeindlich. Diese Vokabeln spulen Sie inzwischen automatisch herunter. Sie hinterfragen sich selbst gar nicht mehr dabei. Und das macht Journalismus unglaubwürdig. Frau Petri, der Journalismus könnte natürlich sauberer arbeiten, wenn Sie nicht den Nahkampf mit dem Journalismus suchten und zum Beispiel etliche Kollegen jeweils immer von ihren Parteitagen ausschließen würden. Wie jetzt zuletzt am Wochenende schon wieder geschehen, dass Sie die Kollegen ausgesperrt haben beim Parteitag in Niedersachsen oder eine Kollegin, Melanie Amann, die auch hier ist, beim Parteitag in Sachsen. Was versprechen Sie sich davon, wenn Sie doch uns eben den Eindruck gemacht haben, Sie seien an einem guten Journalismus interessiert? Na, vielleicht gehen wir mal zurück, auch das wissen Sie vielleicht, Frau Will, in die Anfänge der AfD. Ich erzähle die Geschichte gern wieder, auch wenn ein entsprechender MDR-Redakteur sich dagegen verwahrt. Meine ersten Pressekontakte in der beginnenden Parteiarbeit, das war im März oder April 2013, das genaue Datum kann ich nicht mehr sagen, da entstand eine MDR-Dokumentation, über die ersten Stammtische und Parteiveranstaltungen in Leipzig. Ich wurde persönlich begleitet, weil ich bei der Organisation beteiligt war. Und dann wurde diese Reportage nicht gesendet. Zitat, und der Redakteur, der mir das damals berichtet hat, den gibt es immer noch, der sagte, weil sein Chef ihm gesagt hatte, was da gezeigt werden sollte, war, Zitat, nicht braun genug. Da gab es die AfD drei Wochen. Das war eine ganz normale Partei. Schon da war klar, wo man sie, und das war öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wo man sie hinstellen wollte. Und das gab es nicht nur einmal, das gab es vielfach. Und auf Ihre Frage, warum wir immer mal wieder Journalisten ausschließen, bei Parteitagen bin ich selbst generell dagegen. Es sei denn, es gibt Einzelfragen, wo man tatsächlich auch mal intern tagen will. Ich halte eine interne Diskussion nicht generell für völlig verwerflich, wenn der Großteil offen ist und öffentlich ist. Aber wenn es Protagonisten gibt, und Sie haben Frau Ammann jetzt genannt, die sich auch in das Privatleben von Politikern eingemischt haben, und das ist in dem Fall mehrfach zu belegen, dann kann man die Entscheidung treffen, und die haben wir in Einzelfällen getroffen. Aber auch das ist nicht repräsentativ. Für die Vielzahl der Veranstaltungen der Partei. Und wenn man noch einmal das Phänomen aus der Gesamtbreite beurteilen will, dann, ich habe jetzt keine Aufrechnung geführt, wage ich die Behauptung, dass weit über 95 Prozent, wenn nicht mehr, der AfD-Veranstaltungen komplett öffentlich sind. Und das wird auch so bleiben. Dann wäre das ja eine schöne Botschaft des heutigen Abends, die wir mitnehmen könnten. Sie als Vorsitzende der AfD finden es falsch, dass man Journalisten von Parteitagen ausschließt. Also die Beispiele, die es gab, Niedersachsen, vergangenes Wochenende hatte ich gesagt, außerdem das Treffen der Rechtspopulisten in Koblenz. Da waren über 300 Journalisten im Januar. Ja, aber IDNZDF haben Sie beispielsweise ausgesperrt. Bei der Pressekonferenz stimmt auch das nicht, Frau Wilder, da waren Sie anwesend. Auch das bitte, bleiben Sie bei der Wahrheit. Sie waren von Teilen der Veranstaltung ausgeschlossen, euch zugelassen. Bei der Pressekonferenz waren selbstverständlich auch die Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt hätte ich mich in Ass gefreut, wenn von heute Abend ausgegangen wäre, dass Sie gesagt hätten, war ein Fehler, jetzt machen wir es besser. Wir lassen die Kollegen zu. Frau Wilder, warum soll ich Ihnen versprechen, dass wir generell jeden zulassen? Weil Journalisten ihre Arbeit machen wollen und ihre Arbeit machen müssen. Weil es zum Informationsbedürfnis der deutschen Öffentlichkeit gehört, das sauber berichtet werden kann. Das haben Sie eben mehrfach, darauf habe ich übrigens rekurriert, eingefordert. Das wünschen Sie sich von gutem Journalisten. Sie wollen nicht, dass jemand beauftragt wird, Dinge falsch darzustellen, etwa Sie braun darzustellen. Das war Ihr Beispiel. Wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie zulassen, dass Menschen gucken können, was Sie machen. Aber Frau Wilder, darf ich bitte an der Stelle eine Rückfrage stellen? Wenn wir es mehrfach erlebt haben, das tendenziös und eben nicht neutral berichtet wurde. Wenn wir immer wieder Kollegen erleben, die uns auch offen ins Gesicht sagen, wie zum Beispiel vom ZDF, das waren Journalisten, Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, Zitat, Frau Petry, wie kommen Sie auf das schmale Brett, das wir mit Ihnen zusammenarbeiten wollen? Wenn sich so etwas häuft, über vier Jahre, dann frage ich Sie als Realist, der in beiden Beinen im Leben steht und bei gewissen Kollegen weiß, dass sie einen politischen Kampf führen, um bei Vokabeln zu bleiben, die im Film gefallen sind. Wie realistisch ist es dann, dass solche Kollegen, und ich rede von Einzelkollegen, ich rede nie von der Breite des Journalismus, das wissen Sie auch, dass die sich kurzfristig ändern. Entschuldigung, aber was offenbart ist denn für ein Bild? Ich will doch gar nicht mit einem Journalisten zusammenarbeiten. Ich will, dass der die Möglichkeit hat, zu berichten. Ganz ehrlich, Sie stilisieren doch da was. Jeder Politiker wird Ihnen erzählen können, dass es Artikel über ihn gab, Berichte über ihn gab, wo er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Aber warum geht es gar nicht? Das ist eine subjektive Warnung. Doch, natürlich, genau darum geht es. Ich stelle mir nur einmal vor, dass die CDU bei einer ihrer Veranstaltungen in einer Redaktion anruft und sagt, der Journalist ist uns nicht genehm, können Sie einen Kollegen schicken? Oder wir generell sagen, die kommen heute nicht rein. Das ist undenkbar, weil das einfach ein demokratisches Grundprinzip ist, dass man es auch aushält. Ich rede auch mit Journalisten, auch im Hintergrund freundlich, wenn ich weiß, dass die wahrscheinlich nichts Nettes über mich schreiben. Einfach, weil ich weiß, das gehört zum Spiel, die machen ihren Job und ich versuche, meinen so gut wie möglich zu machen. Und dieses Gefühl, da müsste es eine Zusammenarbeit geben, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das ist für mich ein schräges Bild. Ich glaube, Sie missinterpretieren, Herr Tauber, jetzt ganz bewusst, aber auch nicht zum ersten Mal gewisse Vokabeln. Ich wollte eigentlich auch nicht in die direkten Disput gehen. Das ärgere ich mich wieder. Ich glaube schon, das ist ein fairer Umgang miteinander. Herr Tauber, ich glaube, das ist ein fairer Umgang miteinander und ich denke, dass Frau Will das auch so verstehen kann, wenn sie möchte, zum Arbeiten miteinander dazugehört. Und diesen fairen Umgang erleben wir relativ selten. Wir erleben ihn auch, aber er ist in einer klaren Minderheit und fair heißt nicht unkritisch. Und ich glaube, dass Sie auch ganz genau wissen, dass ich das gemeint habe, aber es ist natürlich einfacher, es müsste zu verstehen. Aber man muss doch professionell genug sein, um zu sagen, das ist deren Auffassung und deren Wertung und auf der Basis von bestimmten Äußerungen oder bestimmten Ereignissen kommen die zu dieser Wertung. Und ich habe als Politikerin oder als sonstige Betroffene ja auch die Möglichkeit, darauf wieder zu antworten, zum Beispiel über soziale Netzwerke. Aber sich wie ein bockiges Kind dann hinzustellen und zu sagen, die sind aber gemein zu mir und jetzt lade ich die nicht mehr zu meinem Kindergeburtstag ein. Das ist nicht die Rolle von Politik und Medien. Das geht nicht. Dann darf ich kurz darauf antworten? Klar. Ganz kurz. Ich bin ja grundsätzlich sogar bei Ihrer Aussage. Aber dann lassen Sie uns mal, wenn Sie es interessiert, durch die sogenannten Berichte gehen, bei denen schief berichtet wurde. Und da können wir jetzt natürlich auch sagen, fühlen wir uns eher betroffen als Sie und vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht. Aber es gibt so viele Beispiele dafür, wo einfach nicht nur wertend unfair berichtet wurde. Das kann ich verstehen. Kommentar darf das. Aber eine Berichterstattung ist par qua Definition etwas anderes als eine Wertung. Und wenn die getrennt vorliegen, bin ich total bei Ihnen. Wenn der Zuschauer einen Unterschied nicht mehr erkennen kann, ist es und bleibt es unsauberer Journalismus.